Das Vorgehen ist eigentlich immer das Gleiche. Die terroristischen Ziele in Gaza sind den israelischen Behörden und Geheimdiensten relativ umfangreich und detailliert bekannt. Das heißt, es gibt für solche Situationen, wie sie sich heute Abend dort in dramatischer Geschwindigkeit entwickeln, natürlich vorbereitete Pläne mit Zielen, die man angreifen kann. Einerseits zur Vergeltung als klares Zeichen, aber andererseits eben auch, um die Hamas-Führung so unter Druck zu setzen und so quasi in ihre Verstecke und Bunker zu zwingen und von Kommunikation und Entscheidungen abzuhalten, dass man damit weitere Angriffe auf Israel verhindern kann. Und das ist das, was jetzt gerade mutmaßlich in der Residenz von Benjamin Netanyahu in Jerusalem mit dem engsten Kreis, mit dem sogenannten Sicherheitskabinett, dem National Security Kabinett besprochen wird. Welche Ziele wollen wir in welchem Umfang in Gaza jetzt angreifen? Wie gesagt, erstens, um ein klares Zeichen zu setzen, um Vergeltung zu üben, aber vor allem, und das ist viel wichtiger, um die Struktur unter Druck zu setzen, die Kommandostruktur unter Druck zu setzen, die derzeit Angriffe, weitere Angriffe auf Israel plant und vorbereitet. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei BILD. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren. Okay.